Wie fang ich an? Ich fang hier vorne an. Hi, ich bin's. David, der Doktorand. Ihr habt schon lange nichts mehr von... Hä? Das ist furchtbar. Das hab ich jedes Mal, wenn ich anfange. Der Start ist immer schwierig und dann läuft's aber. Okay. Dann, was sag ich? Ist ja auch das erste Video von mir auf der Couch und sowas. Ich bin nicht beim Psychiater gelandet. Ich sollte stoppen. Ich sollte sagen, wer das ist. Das ist nämlich David, der Dozent. Was sagt der andere? Hab ich gar nicht gesagt. Okay. Und nochmal. Weil's so schön war. Ähm. Und was sag ich heute? Ich hab vergessen, was ich erzählen wollte. Mit jemand meine ich nicht... Mit jemand meine ich nicht... Oh, Mann. Okay. Ähm. Okay. Läuft sich schon die Aufnahme? Ja, ne? Ja. Das ist ein roter Punkt. Dann darfst du deine erste Frage stellen. David, was verbirgt sich denn mit dem Lehrkonzept digital? Oh nein! Das war so gut. Ja, das war echt gut. Egal. Okay, ich probier nochmal. Aber man wiederholt doch nur die Frage. Genau. Jetzt sitze ich komplett anders. Ich muss alles nochmal neu machen. Ja. Weil's so schön war. Ähm.